Das Jahr 2023 war für Immobilieninvestoren kein gutes Jahr. Es waren Horrorzinsen, es war Wertverfall und es waren riesige Abschreibungen. Immobilienaktien in Deutschland, in den USA, in China sind in sich zusammengebrochen. Trauriges Highlight war die Signer Holding im letzten Monat. Ich habe heute einen CEO da, der eine Firma gegründet hat, an der das alles scheinbar relativ spurlos vorübergegangen ist. Und ich hoffe, er sagt uns heute sein Geheimrezept. Vorhang auf für den CEO der D.D. Pharma, der deutschen Fachmarkt. Hallo Herr Schrade. Herr Schrade, ich möchte mit Ihnen erstmal so ein bisschen über Ihre Vergangenheit reden, denn die ist ziemlich spektakulär und eigentlich gar nicht so typisch für den klassischen CEO einer Firma. Sie haben ja begonnen mit einem, ja eigentlich Sie sind ja Pionier der Aktienzunft, kann man sagen, mit einem Börsenbrief haben Sie begonnen. Das ist richtig, das ist eher unfreiwillig entstanden aus einem Online-Beitrag in einem Börsenforum im Jahr 1998. Damals war das Internet noch eine kleine Community, da hat man sich ausgetauscht und ich hatte einen Beitrag verpasst, etwas euphemistisch als Top Ten der Woche bezeichnet, meine persönlichen Favoriten, dann mit ein bisschen Input in der Folgewoche das Ganze aktualisiert. Als ich das dritte Mal gemacht habe, hat mich dann jemand gefragt, ob ich es per Mail schicke und die Nummer drei ging schon an 200 Leute. Und dann ist also auf die Weise plötzlich ein E-Mail-Börsenbrief geboren worden, der dann irgendwann wochenentfüllend war. Innerhalb des Briefes kamen dann Interviews mit Vorständen, Berichte über Hauptversammlung, komplette Analysen, sehr umfassende Recherchen von auch diversen Lesern beigesteuert. Und ja, dann ist während meiner Zivildienstzeit, ist das plötzlich dann irgendwie zum Nebenjob und eher dann zu einem Fulltime-Nebenjob geworden. Ja, und daraus ist dann schließlich dann die GSC Research GmbH ein Jahr später entstanden, die es bis heute auch gibt, die inzwischen von meinem ehemaligen Vorstandskollegen alleine weitergeführt wird. 1998 hatten die meisten von uns sogar kein E-Mail. Damals war es noch in Postkarten, aus dem Urlaub zu schicken. Das möchte ich nur den Zuschauern zeigen, die aus der Generation Y oder Z sind und mit E-Mail aufgewachsen sind. Also das war schon eine wirkliche Pionierleistung und eigentlich der Grundstein für das, was wir heute Aktienlust nennen. Und danach, besonders interessant fand ich, ja, den klassischen Nerd-Weg. Sie waren dann bei der Piratenpartei im Vorstand. Ja, auch das war, ich wollte mich dort eigentlich nur engagieren, so ein bisschen die Welt verbessern. Das hat dann dazu geführt, dass ich dort recht hoppla hopp sozusagen im Jahr 2009 erst Mitglied geworden bin. Dann nach wenigen Tagen die ersten Plakate aufgehängt und alles, was dann so im Wahlkampf üblich ist. Und dann mich einige Zeit später dann auch tatsächlich entschieden habe, für den Bundesvorstand zu kandidieren. Ich bin dann dort als Beisitzer in den Bundesvorstand gewählt worden. Es war dann vier Monate vor der Berlin-Wahl, die, wie wir alle wissen, oder wie zumindest die Älteren, kann man zwischensagen, sich erinnern, zum Überraschungserfolg der Piraten wurde. Dadurch ist die Partei, Mitgliederzahltechnisch und so weiter, explodiert. Und in der Folge gab es dann auch nur die Wahlerfolge, erst im Saarland, dann in Schleswig-Holstein und schließlich in NRW. Leider war das Ganze dann nur von überschaubarer Dauer. Es gab haarsträubende strategische Fehler, die innerhalb der Partei gemacht wurden. Deshalb bin ich dann erst aus dem Bundesvorstand ausgeschieden und später, als dann klar wurde, dass die Partei keine Perspektive mehr hat. Sie dümpelt heute, ist noch aktiv, aber irgendwo im Bereich Tierschutzpartei oder darunter von der Relevanz angekommen. Ja, sehr schade. Da waren einige, da waren viele gute Ideen da, wenn man sich heute anschaut, ja, was es so an Themen gibt. Manches, was die Piraten vor vielen Jahren angestoßen haben, wird heute aktiv thematisiert und habe es auch jetzt über zehn Jahre später umgesetzt. Aber vielleicht waren die Piraten dann noch ein bisschen früh dran. War jedenfalls eine sehr spannende Erfahrung. Man muss sich das so vorstellen, man ist ehrenamtlich mit 100 Stunden dort beschäftigt, muss eher noch Geld mitbringen, um die Spesen zu decken. Und hat eine Organisation mitzuleiten, ehrenamtlich, die ist wirklich vergleichbar ein Großkonzern. Nur mit Ansprüchen in puncto Öffentlichkeitsarbeit, Medienarbeit, das kann man sich als normaler Unternehmer oder Angestellter einfach nicht vorstellen, wie hoch da die Ansprüche sind, dass ein Morgens um sieben dann irgendwelche Massenmedien aus dem Schlaf klingeln quasi und über irgendwelche angeblichen Skandale dann befragen wollen, die irgendjemand auf Twitter angerichtet hat, den man überhaupt nicht kennt. Und ungefähr auf diesem Level bewegt es sich, dass also wie gesagt, das Erfahrungsserie ist sehr lehrreich. Da ist im direkten Vergleich, das, was wir heute machen, dann doch sehr entspannt. Vielleicht können Sie es eines Tages bei sich selber abbuchen als Tutorial oder als Praktikum, dass Ihnen vielleicht das Organisationstalent beigebracht hat, das Sie ja ganz offensichtlich haben müssen. Denn Sie sind ja, kann man wohl sagen, ein Selfmade Millionär. Das Ganze, was Sie da aufgebaut haben, kam ja quasi aus dem mehr oder weniger nichts, was Sie da organisiert haben, was heute die Defama ist. Sie haben im Bereich Immobilien gearbeitet, sozusagen das war die Zeit nach den Piraten und haben sich da was aufgebaut. Aber die Defama ist sozusagen Ihr eigenes Kind, kann man sagen. Ich habe die Defama gegründet mit einigen Investoren zusammen vor inzwischen gut neun Jahren. Und ja, wir haben das dann im Bereich Einzelhandel ein Objekt nach dem anderen, wie wir es hier hinten an der Wand sieht, dann eingesammelt. Klassische Nachversorgungszentren und ja, das hat sich dann eben recht gut entwickelt, auch an der Börse recht gut entwickelt. Von daher war das wohl eine richtige Entscheidung. Es hat aber auch durchaus Parallelen zu der früheren Tätigkeit als Finanzanalyst, weil jedes Objekt ist so ein kleines Unternehmen, sozusagen hat eine Marktposition, hat seine Kunden, die Mieter. Und da muss man sich auch ein bisschen drum kümmern, hat immer seine Besonderheiten. Das ist nicht einfach nur eine Geldmaschine, wo jeden Monat Geld rausfällt. Keine reine Kapitalanlage. Das ist der Fehler, den viele, vor allem private Käufer bei solchen Objekten gerne mal machen, die sowas kaufen und denken, ja, da muss man jetzt dann jeden Monat nur dann die Miete vereinnahmen. Wenn man das macht, dann ist es irgendwann nach 10, 20 oder 30 Jahren möglicherweise dann ein Leerstand, wenn dann die Mieter weitergezogen sind, einfach weil man sich um die nicht gekümmert hat. Ist das also nicht das klassische Triple-Net-Lease quasi, dass Sie sagen, Sie geben die Immobilie her und nehmen sie am Ende der Laufzeit wieder entgegenrenoviert, sondern das ist wirklich, Sie kümmern sich um die Immobilien vor Ort? Also Triple-Net gibt es in diesem Segment nicht, insbesondere weil wir in den Kleinstädten unterwegs sind und eben nicht in Hamburg, Berlin, München, wo die Vermieter, die die Standorte haben, ein Stück weit auch die Macht haben zu diktieren, wie ihre Konditionen aussehen. Eine ECE, sage ich jetzt mal exemplarisch, die hat ihren Mustermietvertrag, den können Sie unterschreiben. Da kann man über die Miethöhe dann noch diskutieren, aber über den Vertrag als solches eher nicht. Bei uns ist es andersrum. In diesen kleinen Städten haben dem Grunde nach die Mieter, also die großen Filialisten wie Aldi, Penny, AWG, Kik, Deichmann, Taco, Jusk, Turmbaumarkt oder solche Mieter, dem Grunde nach erstmal die Macht im Sinne von, sie legen den Mietvertrag vor und auf ihrer Mietvertragsbasis wird dann gesprochen und nicht auf der Basis, die wir als Vermieter vorlegen. Bei uns ist es außerdem noch so, wir kaufen ja bestehende Objekte, das heißt, da sind die Mietverträge schon vorhanden, jedenfalls die, die wir dann erstmal am Anfang übernehmen, die irgendwann, teilweise vor Jahrzehnten von Voreigentümern geschlossen wurden und in der Regel zahlen die Mieter bei Objekten unserer Art nicht alle Nebenkosten, also zum Beispiel zahlen die Filialisten Grundsteuer und Versicherung schon mal aus Prinzip nicht und bei anderen Positionen ist es Verhandlungssache. Es gibt Fälle, wo die Mieter tatsächlich so gut wie gar keine Nebenkosten tragen, da geht dann halt alles an Betriebskosten oder so noch von der Nettomiete runter, da muss man dann eben sehr genau aufpassen, dass das, was in der Kasse ankommt, immer noch ausreichend ist, häufig ist das aber nur ein Faktor, wo der Voreigentümer oder die Voreigentümer schlecht verhandelt haben, dann sind meistens auch andere Dinge nicht besonders attraktiv. Aber eine Aufgabe ist es eben beim Einkauf schon das zu analysieren, was an sogenannten nicht umlagefähigen Kosten besteht, weil das sind durchaus mal in der Spitze, habe ich das gesehen, bis zu 50 Prozent der Nettomiete. Typisch sind eher so um die 15, manchmal 15 Prozent, das hängt immer vom einzelnen Objekt und der Mieterstruktur ab, aber da kann also ganz, ganz viel im Argen liegen, im Positiven, wenn alles umlagefähig ist, kann es besser sein, als man vielleicht denkt, aber häufiger ist dann, dass dann eben der Mieter dann eben ungefähr nichts zahlt, außer Strom, Gas und Wasser. Also im Gegensatz zu US-Immobilien-Reads, haben Sie quasi den Hausmeister-Service auch noch im Umfang quasi drin? Jein, also normalerweise haben wir einen lokalen Hausmeister, der sich um das Objekt kümmert und dessen Kosten dann meistens auf die Mieter umgelegt werden können, manchmal aber eben auch nicht. Das ist, wie gesagt, dann oftmals Verhandlungssache. Auch hier gibt es oftmals dann beispielsweise, dass der Mieter nur mit einer Pauschale sich an Kosten beteiligt. Wenn es teurer ist, dann zahlt man es selber. Oder dass er sagt, ich zahle das aber nur gedeckelt bis maximal 1.000 Euro im Monat oder so und auf die Weise dann alles, was drüber geht, dann Vermietersache ist. Aber das sind ja Fantasie quasi keine Grenzen. Wir übernehmen ja, wie gesagt, Bestandsmietverträge, kaufen von ganz verschiedenen Verkäufern, haben also damit Dutzende verschiedene Verkäufer, die in verschiedenen Zeiträumen, in verschiedenen Regionen, mit verschiedenen Mitarbeitern, verschiedenen Voreigentümern, die jeweilige Mietverträge geschlossen haben. Und dementsprechend vielfältig sind also auch diese Verträge, sind die Regelungen. Selbst ein Aldi-Vertrag aus dem Jahr 92 ist nicht identisch, wenn wir von drei verschiedenen Eigentümern drei verschiedene Aldis mit diesem Hintergrund dann haben. Geschweigend, wenn man es dann eben, ein Aldi, der 2003 gebaut wurde oder der Vertrag geschlossen wurde, der hat eine ganz andere Grundlage, weil Aldi dann auch andere Dinge wollte, ein anderes bauliches Konzept hatte und so weiter. Und ein aktueller Aldi-Vertrag sieht nochmal ganz anders aus. Da habe ich jetzt mal so eine richtige Sendung mit der Mausfrage, die mich auch beschäftigt, persönlich. Wie kaufen Sie denn einen Supermarkt? Kommen die Verkäufer auf Sie zu und sagen, wir wollen da was loswerden? Oder fragen Sie bei der Kassiererin nach, kann ich hier den Laden kaufen? Oder wie läuft das Ganze normalerweise ab? Ja, also das Letztere wäre schön, aber die Kassierer im Aldi haben normalerweise nicht mal eine Ahnung, wer eigentlich ihr Eigentümer ist, weil das interessiert die gar nicht. Wenn da irgendwo was kaputt ist, dann melden Sie da zentral und die wendet sich an den Eigentümer. Also ist es in der Tat so, dass die Objekte uns angeboten werden. Von Maklern meistens, manchmal auch direkt von Eigentümern, die die Objekte verkaufen wollen. Und dann müssen wir uns das eben anschauen, ob das von Interesse sein könnte. Damit man eine Vorstellung bekommt, das ist jetzt nicht so mal, dass alle paar Wochen irgendwann mal was angeboten wird. Wir werden mit Angeboten überschüttet. Es gibt hunderte von Angeboten jedes Jahr. Bei den meisten scheiden die nach sehr kurzer Prüfung einen Blick drauf, der Preis ist viel zu hoch oder die Lage ist schlecht oder das Objekt passt gar nicht bei uns von der Struktur herein, scheiden dann recht schnell aus. Bei denen, die den allerersten Sichtkontakt überstehen, ist häufig dann mal ein Kurzanruf beim Mieter, also bei den zuständigen Leuten, ob der Standort funktioniert. Da fliegen dann nochmal viele raus, wenn uns der Mieter sagt, ja, wir ziehen da nächstes Jahr aus, dann hat sich das Thema in der Regel erledigt. Oder wenn die dann sagen, ja, das ist baulich in katastrophalen Zustand, das Dach ist kaputt, die Heizung funktioniert ständig nicht. Auch ein Kandidat, wo man das dann eher mal nicht weiterverfolgt. Und dann bleibt dann eben noch, ja, eine kleinere Zahl, die wir tatsächlich besichtigen, wo wir in Kaufverhandlungen eintreten, Unterlagen prüfen und mit etwas Glück dann auch nach einiger Zeit, das kann allerdings dann, ja, nicht ein paar Tage oder Wochen, das kann manchmal auch Monate oder sogar Jahre sein, dann später irgendwann zum Notar geht. Dann kann man also sagen, das Geheimnis, eine Geheimnis der Defarmer ist der Filter quasi, mit dem Sie vorsortieren, was ist kaufenswert und was lassen wir den anderen? Also, wir machen uns hier sehr, sehr viel Arbeit, wir reden über relativ gesehen kleine Objekte, also aus Investorensicht, aus Instellersicht, das sind Objekte in unserer typischen Bandbreite, so zwischen 1 und 5 Millionen, einfach uninteressant. Da sitzen Investmentmanager, die wollen in einem Jahr ein paar hundert Millionen anlegen. Ja, die kommen mit so einem einzelnen Objekt, wie jetzt hier das Objekt hinter uns, das ist Schneeberg, das hat damals gut 2 Millionen gekostet. Das ist für die natürlich völlig uninteressant, also da kann die Rendite so gut sein, wie sie will, wenn sie 500 Millionen in einem Jahr anlegen sollen, können sie sich mit so einem Kleinkram aus deren Sicht nicht beschäftigen. 50 Objekte dieser Art auf einen Schlag, ja, da redet man wieder drüber, da zahlen die dann auch andere Preise, aber diese Mühe, sich ein Objekt nach dem anderen einzeln einzusammeln, das ist tatsächlich etwas, das machen eben ganz, ganz wenige. Das ist viel zu mühselig, auch die Prozesse, man muss sich das wirklich so vorstellen, in manchen Fällen, da kriegt man dann die Unterlagen tröpfchenweise von privaten Verkäufern, die einfach dann nicht auf so einen Prozess eingestellt sind, die nicht alle Mietverträge eingescannt haben, nicht alle Betriebskostenabrechnungen, die technische Unterlagen vielleicht gar nicht vorliegen haben, die muss man sich dann selber auf dem Bauamt besorgen und so weiter und so fort und muss auf Basis oftmals eher nicht unbedingt umfassender Informationen entscheiden, kaufen wir das Objekt, arbeiten wir das alles auf oder eben nicht. Das ist ein Grund dafür, dass diese Objekte auf den ersten Blick so günstig sind. Das ist nicht immer so, zum Glück, aber es ist oft der Fall. Ein anderer wichtiger Faktor ist, dass wir tatsächlich einen engen Draht mit den Mietern haben und damit eben tatsächlich, wie Sie sagen, das ausfiltern und eben nicht einfach nur sagen, Mensch, das sieht ja eigentlich ganz vernünftig aus. Ein Gebäude, das technisch top in Schuss ist, kann aus Sicht des Mieters absolut Katastrophe sein, wenn er einfach seinen Umsatz nicht macht. Wenn beispielsweise dann ein Wettbewerbsstandort die Straße runteröffnet hat und dann eben dem Lebensmittler dann das Wasser abgräbt, dann kann es sein, dass obwohl das Gebäude zehn Jahre alt ist, tiptop in Schuss ist, aus Kundensicht auch schön ist einzukaufen, aber dummerweise der Umsatz eben nur mal die Kosten nicht deckt und dann wird der Mieter rausgehen, egal was sie ihm an Mieter anbieten, wenn er dann eben einfach dann dort keinen schlechten Umsatz macht. Aldi und Co. sind ja auch bekannt dafür, dass sie gelegentlich mal auf der anderen Straßenseite neu bauen. Das ist vor allem dann der Fall, wenn einem Objekt viele Jahre nichts passiert ist. Es gibt die schöne Makleraussage, die ich immer wieder gerne höre, ja, der ist seit 30 Jahren da und der meint das als Verkaufsargument im Sinne von, der wird auch immer und ewig bleiben. Ich sage, ja, der ist seit 30 Jahren da, also das Gebäude ist völlig fertig. Aus Sicht eines Aldi ist ein 30 Jahre altes Gebäude, das nie modernisiert wurde, ein Abriss. Teilweise ist es sogar schon viel früher der Fall, wenn es einfach nicht seinem heutigen Standard entspricht. Und von daher, Aldi reißt auch zehn Jahre alte Gebäude durchaus ab und ersetzt sie durch einen modernen, heute seinem heutigen Standard entsprechenden Neubau. Das ist bei Lidl ähnlich, bei Penny oder anderen Discountern nicht ganz so aggressiv, aber selbst die haben hohe Ansprüche und die sind dann bei zehn Jahre alten Gebäuden manchmal schon nicht mehr erfüllt. Glauben Sie mir, ich kenne den Fall wirklich gut. Ja, da muss man ständig dranbleiben, muss auch im Vorfeld schon prüfen, kann man hier noch ein paar Jahre damit rechnen, dass der Mieter drin bleibt oder muss man hier im Prinzip am ersten Tag nach dem Kauf sofort in eine Neuentwicklung, Erweiterung, Modernisierung oder gar Abriss-Neubau gehen. Wenn das der Fall ist, dann ist es aber in der Regel dann von der Rendite her ja nicht rechenbar, weil die Verkäufer das dann natürlich nicht zu 100 Prozent einpreisen, dass man hier sagt, ja gut, zwei Jahre noch die Miete und dann Abriss. Die wollen in der Regel dann andere Preise, das lässt sich dann meistens nicht rechnen. Gilt auch genauso übrigens natürlich für Nebenmieter wie Textiler, Friseur und andere. Wenn die alle nicht funktionieren, dann wird man die mittelfristig nicht halten können und dann muss man eben von so einem Objekt Abstand halten. Insofern, um auf die alte Kassiererin zurückzukommen, die ist eine hervorragende Informationsquelle oftmals, weil man da so ein bisschen raushören kann, ob der Standort funktioniert. Manchmal verraten die einfach nur mit dem Plaudert auch dann tatsächlich ein bisschen was und merken gar nicht, wie wichtig die Information ist, dass man hier jedes Jahr der Umsatz steigt oder so, dass man sagt, okay, der Standort scheint also offenbar zu laufen. Aber oftmals trauen die sich auch natürlich gar nicht so genau, dann irgendjemanden, der da aufkreuzt, dann irgendwas zu erzählen. Das ist also oftmals nicht einfach nachzuvollziehen, wie gut ein Standort möglich ist oder eben nicht. Machen Sie das dann selbst, diese Recherchen? Sind Sie dann selbst vor Ort und reden mit den Leuten und forschen danach? Also der Einkauf läuft tatsächlich zu großen Teilen über mich. Das ist ein zentraler Faktor. Mein Vorstandskollege macht eigentlich auch regelmäßig Besichtigungen. Teilweise sind auch Techniker mit involviert, die dann die technische Prüfung machen, vor allem bei komplexeren Objekten. So einen einfachen Supermarkt ohne irgendwelche Aufzüge, ohne Rolltreppen, ohne Passagen. Also das ganz einfache Gebäude, das traue ich mir gerade noch selber zu, den einzuschätzen. Da ist der Mieter die beste Informationsquelle. Wenn der sagt, alles tip top hier, Heizung funktioniert, Dach ist dicht und so weiter, dann ist das schon mal eine gute Grundlage. Aber die Recherchen, wir haben tatsächlich sehr gute Kontakte. Auch manche unserer Mitarbeiter haben exzellente Kontakte zu Einzelmietern. Dann speichern wir die auf diese Weise an. Aber manchmal ist es auch offenkundig, da reicht ein Blick aufs Luftbild, dass man einfach feststellt, der Standort steht falsch. Und daran kann man halt nochmal nichts ändern. Ich habe selber eine große Datenbank von Immobilienfirmen, Immobilien Reits, und ich habe die vor dem Gespräch ausgewertet. 70 Prozent der Aktien, Immobilienaktien und Reits, haben ihre Dividende gesenkt. Und davon über die Hälfte haben die Dividenden ausfallen lassen. Der Rest hat die Dividende im letzten Jahr gleich gehalten. Es gab nur eine einzige Firma, die ihre Dividende im letzten Jahr gesteigert hat. Und das war die Defama. Was ist das Geheimnis des Erfolges? Oder eher, was meinen Sie, haben die anderen falsch gemacht? Ich glaube, ein großes Thema ist quer durch die Branche das Thema Finanzierung. Wir haben als meines Wissens einzige deutsche Immobilien AG keine Anleihen und Schuldschein-Daten ausgegeben. Also weder das eine noch das andere. Und damit keine Finanzierungsrisiken auf der Holding-Ebene. Weil eine Anleihe muss man dann eben auf Gedeih und Verderb zurückzahlen. Wenn das aber im aktuellen Umfeld nicht möglich ist, die eine Anleihe durch eine neue einfach zu ersetzen, dann kann das richtig, richtig blutig werden. Dann muss man plötzlich dann zu Notverkaufspreisen Objekte verkaufen, muss eventuell eine Kapitalerhöhung zu Tiefstkursen machen. Und dann ist natürlich jeder Euro-Liquidität wertvoll. Und demzufolge ist die Dividende zu streichen dann so ziemlich die erste Sparmaßnahme, die quasi sich aufdrängt. Wir haben unsere Objekte grundsätzlich mit lokalen oder regionalen Banken finanziert, haben derzeit 37 verschiedene finanzierende Banken, haben ausschließlich auf Annuitäten oder setzen grundsätzlich auf Annuitäten Darlehen. Das heißt, wir tilgen auch sehr stark und haben dann in der Regel eine 10-jährige Zinsbindung von Anfang an gewählt, haben jetzt im Schnitt 5,5 Jahre Zinsbindung. Das heißt, auf den Bestand bezogen interessiert uns die Zinsentwicklung praktisch gar nicht. Und bei Neukäufen, da muss dann eben der Preis auf einem Level sein, dass sich dann der höhere Zins rechnet. Unterm Strich trifft uns also das ganze Zinsumfeld dann eben nicht. Aber es haben viele, viele Investoren haben dann eben sich irgendwann darauf verlassen, dass es immer und ewig niedrige Zinsen geben wird, haben kürzer finanziert, teilweise variabel finanziert oder Projektentwicklungen eingegangen, die hoch riskant sind, die sich nur lohnen konnten, wenn dann das Marktumfeld so bleibt und auch die Verkaufspreise wieder entsprechend hoch sind. Wenn ich so ein Objekt kaufe und dann sage, ja, da muss ich jetzt noch 10 Millionen reinstecken, dann kann ich es aber auch für 25-fache Jahresmiete verkaufen und auf der Grundlage dann durchgerechnet von hinten sozusagen dann Faktor 20 bezahlt habe und jetzt ist ein realistischer Verkaufspreis nur noch die Hälfte, ja, dann habe ich jetzt ein Problem. Und genau das zieht sich eigentlich quer durch die Branche. Wir haben das nicht gemacht, eigentlich keine Raketenwissenschaft, weil meine Eltern haben ihr Haus mal vor 30 Jahren oder 35 Jahren mit 8 oder 9 Prozent Zins finanziert. Ich habe es nicht vergessen. Ich glaube, viele andere Marktteilnehmer haben das vergessen, dass es mal Zinsen gab und haben jetzt durch diese eigentlich nicht so unwahrscheinliche Entwicklung, dass irgendwann mal wieder Zinsen steigen, jetzt existenzielle Probleme. Wenn man diesen Fehler nicht gemacht hat, ich kenne auch ein paar Player außerhalb des Kapitalmarkts, die auch ähnlich wie wir agieren, aber halt privat, dann ist man sehr entspannt in diesem Umfeld. Können Sie davon profitieren? Sie haben gerade die Notverkäufe erwähnt. Können Sie da gerade Schnäppchen machen oder sind Sie gerade aus Kapitalgründen, sind Ihnen da auch ein bisschen die Hände gebunden? Also wir haben dieses Jahr ja schon fünf Objekte gekauft. Das letzte war gestern. Wir kriegen jetzt immer mehr Angebote auch zu den Preisen, die für uns dann in Frage kommen, auch von Objekten, die eigentlich qualitativ für uns normalerweise gar nicht erschwinglich wären, weil eben es wenige Käufer nur noch gibt, die im Markt übrig sind. Wir haben gestern ein Objekt gekauft in Grevesmühlen mit einem langlaufenden Nettovertrag, der ist erst Anfang des Jahres modernisiert worden und eingezogen. Normalerweise würden wir solche Objekte nicht kaufen können. Den Kaufpreis dürfen wir erst publizieren, wenn der auch bezahlt ist. Aber alleine, dass wir das gekauft haben, ist, glaube ich, schon Indiz dafür, dass das eben nicht zu den üblichen Faktoren, die für Neubau oder de facto auf Neubau-Standard gebrachte Objekte mit langer Laufzeit bezahlt werden. Wir haben vor zwei Wochen ein Objekt gekauft, drei Dörfer von meinen Eltern entfernt, meiner schwäbischen Heimat, in Zell-Unter-Eichelberg mit einem langlaufenden Rewe-Vertrag, baulicher Top-Zustand, quasi ein Monopol im Radius von zehn Autominuten. Auch das ist ein Objekt, das eigentlich zu einem ganz anderen Preis verkauft werden sollte. Auch ein Glücksfall für uns, dass wir jetzt aufgrund des Marktumfelds hier zum Zuge gekommen sind. Dieses Objekt hätten wir eigentlich vor zwei Jahren, wäre das ja völlig außerhalb unserer Reichweite gewesen von Kriterien, viel zu gut für uns, viel zu teuer, dass wir jetzt dann hier zum Zuge gekommen sind. Es war die größte Transaktion der Firmengeschichte. Auch das ist ein Faktor. Solche Objekte sind von der schieren Größe für institutionelle Investoren dann eben interessant. Da kommen wir normalerweise, haben wir normal keine Chance. Und jetzt kommen solche Objekte plötzlich bei uns zum Abschluss. Ja, das aktuelle Marktumfeld kommt uns hier sehr entgegen, weil eben viele andere dann erst mal mit sich selber beschäftigt sind. Ist das der Grund, warum die Dividenden der Defarmer sich eigentlich eher im Mittelfeld aufhalten? Wir haben als erklärte Firmenpolitik, wir steigern die Dividende jedes Jahr. Das haben wir seit Firmengründung getan. Aber wir wollen ja auch weiter wachsen. Deswegen werden wir die Dividende nicht exzessiv erhöhen, weil dann müsste man dann eben umgekehrt wieder Kapitalerhöhungen machen. Und genau das möchten wir vermeiden. Wir sind damit unabhängig vom Kapitalmarkt. Unsere Aktionäre werden nicht jedes Jahr verwässert. Es gibt ja auch Firmen, die durch fast jährliche Kapitalerhöhungen dann eben wachsen. Das ist kein Kunststück. Aber aus eigener Kraft organisch zu wachsen, die Kennzahlen pro Aktie immer weiter zu steigern, das bringt am Ende des Tages den Mehrwert für die Aktionäre. Und hier ist bei uns der FFO, also die sogenannten Funds from Operation pro Aktie, die entscheidende Kennzahl. Das ist für diejenigen, die ein bisschen sich mit Bilanzen beschäftigen, das Nettoergebnis plus die Abschreibungen, die ja nicht zahlungswirksam sind zunächst mal, bereinigt um eventuelle Verkaufsgewinne. Also die tatsächliche Ertragskraft, die ein Immobilienportfolio, ein Bestandsportfolio hat. Das ist der FFO. Und diese Kennzahl haben wir in den letzten Jahren Jahr für Jahr deutlich steigern können in den ersten neun Monaten, trotz des Marktumfelds erneut um 15 Prozent. Und das wollen wir auch künftig weiter vorantreiben. Sie haben ja das klare Ziel ausgewiesen. Sie wollen Deutschlands größter Anbieter für Fachmärkte werden. Also von der Marktkapitalisierung her sind Sie sehr, sehr weit vorne. Aber andere Firmen haben natürlich einen wesentlich höheren Bestand, sind nur gerade eben absolut vom Markt bestraft wegen hohen Schulden und wegen, ja, wegen gewaltig großen Abschreibungen. Wie sehen Sie sich auf dem Weg zu dem Ziel, der Größte zu werden? Also wir wollen eigentlich nicht der Größte werden, sondern einer der Größten. Der Größte, es gibt jetzt hier an der Börse, gibt es nicht viele. Es gibt außerhalb des Kapitalmarkts gibt es Player, die sind viel größer. Die kennt aber dem Grunde nach keiner. Also natürlich in der Branche kennt man die, aber als Anleger sind die nicht investierbar. Unser Ziel ist nicht unbedingt der Größte zu werden, sondern lieber der rentabelste. Da sind wir, glaube ich, auf einem ganz guten Weg. Wir könnten auch theoretisch in einem ganz anderen Maßstab wachsen. Das wäre aber nicht gesund. Wir haben typischerweise dieses Jahr jetzt fünf Objekte gekauft. Letztes Jahr waren es zwölf, allerdings im Schnitt ein bisschen kleiner. Davor waren es acht. Wenn wir Jahr für Jahr 20, 30, 50 Objekte kaufen würden, das muss im Hintergrund auch integriert werden. Das muss verwaltet werden. Jeder Objektkauf ist wie eine kleine Unternehmensübernahme. Und wenn man vorne Objekte kauft und hinten bröckeln die Mieten weg, dann ist es unterm Strich auf lange Sicht keine gute Idee. Das heißt, auch ein gesundes Wachstum heißt auch, dass man eben nicht jedes Objekt, das interessant ist, sofort erwirbt. Egal, selbst wenn die finanziellen Eckdaten stimmen, dann ist es trotzdem irgendwann personelle Engpässe, Projektentwicklungen und irgendwann sind die Mieter eben weg. Also von daher wollen wir gar nicht exponentiell wachsen. Das Marktumfeld gibt ja nur zur groben Einordnung. Wir reden über deutschlandweit 20 bis 30.000 potenzielle Objekte in unserem Umfeld. Wenn wir Großstädte und Süddeutschland, die in der Regel für uns zu teuer sind, Ausnahmen bestätigen die Regel, wo wir normal nicht zum Zuge kommen, abziehen, dann reden wir immer noch über mehr als 10.000 potenzielle Kaufobjekte in Deutschland. Und davon werden vielleicht 1.000 oder so jährlich auf den Markt geworfen, die zum Verkauf stehen. Wir kaufen zwischen 5 und 12, wenn man den Maßstab der letzten Jahre anlegt. Das heißt, wir werden niemals an eine Größengrenze stoßen. Da müssen wir nicht irgendwo dann sagen, wir wollen jetzt unbedingt der allergrößte werden und dann versuchen, hier auf 1.000 Objekte irgendwie zu kommen. Mag sein, dass das der Markt hergeben würde über die Jahre, aber unser Ziel ist, wie gesagt, lieber möglichst gut Geld für die Aktionäre verdienen, bei gutem Wachstum, aber nicht unbedingt bei exzessiven, ja, explodierenden Portfolio. Das explodiert dann irgendwann auf andere Weise. Ich fahre ja persönlich gerne zu den Objekten mal hin, an denen ich beteiligt bin und dass ich sozusagen anfassen kann, sagen kann, aha, so schaut das näher aus. Ich glaube, ich muss bis Pfaffenhofen fahren. Ich komme aus dem Raum Erding. Also man sieht von oben auf die Defarmer Landkarte, da sieht man so eine Art Gürtel, der sich so von Rheinland-Pfalz über Hessen nach, ja, Sachsen erstreckt. Der Norden und der Süden sind eher unbewaldet quasi. Ist das der Grund, weil da die Immobilienpreise besonders unattraktiv sind? Also der Große Raum München ist in der Tat relativ leer, weil München und Oberbayern und sogar darüber hinaus, da sind die Immobilienpreise wahnsinnig gestiegen in den letzten Jahren. Das ist für uns einfach uninteressant. Wir kaufen nicht in München dann plötzlich zum doppelten Preis. Wenn wir in München was zum Zehnfachen kaufen könnten, würden wir es tun, aber das Angebot ist eben einfach sehr, sehr schlecht. Dass wir in Pfaffenhofen ein Objekt, das war einer von vier Standorten in einem kleinen Portfolio bekommen haben, ist eher Zufall gewesen. Das ist eigentlich schon eine Region, da kommen wir normal nicht ran. Das Objekt haben wir gekauft, so am Kaufpreis, der lag nur etwa 10% oberhalb des Bodenrichtwerts. Also das zeigt schon, dass es eigentlich ein absolut niedriger Preis ist. War Teil eines kleinen Portfolios. Dadurch kamen wir hier zum Zuge. Norddeutschland sind wir eigentlich ganz gut besetzt, außer die Nordhälfte von Niedersachsen. Das sieht in der Tat also Großraum Bremen und drumherum. Da ist bisher einfach nicht zum Abschluss gekommen. Das ist aber nichts, was uns jetzt irgendwie stört. Wir kaufen die Objekte dort, wo sie angeboten werden, wo die Kriterien erfüllt werden. Es muss nicht unbedingt dann diese Lücke geschlossen werden. Es gab auch lange Zeit, hatten wir in NRW beispielsweise gar keine Objekte. Irgendwann hatten wir jetzt dann doch welche. Niedersachsen war, glaube ich, das letzte größere Bundesland, wo wir nicht präsent waren. Inzwischen haben wir dort auch schon vier Objekte, aber halt im südlichen Teil von Niedersachsen. Das ist also dem Grunde nach einfach Zufall. Im Laufe der Zeit, rein statistisch, müssten wir irgendwann auch, vielleicht auch im Großraum München, aber mit hoher Sicherheit auch irgendwann in der oberen Hälfte von Niedersachsen was bekommen. Mit einem Grund, warum Sie damals bei den Piraten waren, war der Grund, dass Sie gesagt haben, der Euro birgt nicht nur Segen, sondern auch größere Risiken. Sie waren eher der Euro-kritische Mensch. Ist es möglich, dass die D-Farma sich dennoch mal eines Tages auf Europa ausdehnt und wird es dann die E-Farma werden? Ja, also zunächst mal, ich war nicht in dem Sinne Euro-kritisch. Ich war nur der Ansicht, dass es für die Menschen zum Beispiel in Griechenland besser wäre, wenn Griechenland aus dem Euro ausscheidet und habe deswegen gesagt, eigentlich ist es diese gigantischen Summen dorthin zu pumpen, die am Ende des Tages nur über wahnsinnige Sparmaßnahmen ja irgendwie vielleicht auch nicht zurückgezahlt werden können. Das ergibt keinen Sinn. Die EZB hat eine andere Politik betrieben. Wir haben jetzt durch die steigenden Zinsen wieder eine interessante Situation, was den Euro angeht, aber ich muss gestehen, ich verfolge das nur sehr rudimentär, weil unser Geschäft ausschließlich in Deutschland ist. Ist also damals eher etwas gewesen, wo ich glaube, rein rational, man kann diese sehr unterschiedlichen Wirtschaftsräume, wo nicht die Möglichkeit besteht, dass dann eben beispielsweise Produktionskraftverluste oder Wettbewerbs-Einbußen, dass die dann eben ohne eine Abwertung der lokalen Währung, um das auszugleichen möglich sind. Dazu sind die Wirtschaftsräume zu unterschiedlich stark. Mal sehen, bisher jetzt zwölf Jahre, nachdem ich solche Aussagen getätigt habe, hält es noch. Ob das im Sinne der Menschen dort jeweils war, ist eine andere Frage. Arbeitslosigkeit ist ja dann teilweise explodiert, auch in Spanien, Portugal. Aber per heute ist der Euro-Raum noch nicht ernsthaft gefährdet. Damals sah es ein bisschen anders aus. Wer weiß, ob das nochmal kommt. Für uns als Defama, wir werden Deutschland nicht verlassen, insbesondere nicht jetzt hier über ganz Europa uns ausbreiten. Ich schließe nicht völlig aus, dass wir vielleicht mal im deutschsprachigen Raum beispielsweise in Österreich aktiv werden. Schweiz wäre da noch zusätzlich schon die Komponente Währung, hat eine andere Währung. Aber auch in Österreich, Schweiz oder jetzt bei uns von Berlin aus quasi benachbart, im polnischen, da gibt es anderes Baurecht, da gibt es andere Player, die im Markt unterwegs sind, sowohl auf der Mieterseite als auch im Verkäuferbereich oder im Bankenbereich. Das sind Dinge, das würde das gesamte Geschäft bei uns komplexer machen. Der Markt in Deutschland ist so riesig, wie gesagt, über 10.000 realistischerweise für uns in Frage kommende Objekte. Da müssen wir nicht unbedingt, um irgendwie noch ein bisschen mehr Wachstum zu generieren, irgendwas dann in den Regionen machen. Wenn da mal was außergewöhnlich gut passen sollte in Österreich oder vielleicht in der Schweiz, würde ich es nicht ausschließen, da ist zumindest die Sprachbarriere da nicht vorhanden. Mein Polnisch ist nicht wirklich vorhanden. Von daher könnte man sich dann eben dort mit einem Mieter oder Dienstleister noch nicht mal wirklich gut unterhalten, wenn der nicht zufällig Deutsch spricht. Also das verbietet sich dann solche Dinge zu machen. Es gibt ja dieses Prinzip aus der IT, das KISS-Prinzip, keep it simple and stupid. Das sollte man auch als Unternehmer beherzigen. Herr Schrade, ich freue mich schon sehr drauf, wenn der erste Supermarkt im Kreis Erding aufmacht und ich mein erstes Defarmer-Gebäude berühren kann. Und ich werde Ihnen ein Bild schicken und sagen, mein erster Einkauf in meinem ersten eigenen Supermarkt. Und ich danke Ihnen für Ihre Zeit und für die wirklich spannenden Insider-Blicke. Und ja, ich denke mal, wir haben heute eine Menge gelernt über wie kaufe ich mir einen Supermarkt. Herr Schrade, ich wünsche Ihnen das Fest. Hoffentlich nicht zu viel, damit man lieber unsere Aktie kauft, als uns Konkurrenz zu machen. Vielen Dank. Vielen Dank, Herr Schrade. Tschüss.